Tim hat sich alle um sich herum gescharrt. Jetzt geht das noch richtig los, noch mal ein, zwei Tage. Morgen geht das ja los nach Düsseldorf. Also jetzt muss er noch ein bisschen anziehen, die ganze Geschichte. Aber wie gesagt, Kondition haben sie ja. Ich hoffe nicht, dass sie bei der Corona-Scheiße so viel Kondition verloren haben. Aber jetzt hat er ja zumindest wieder eine kleine Auswahl. Das sah ja letzten Freitag schlimm aus hier. Da hätte ich mich bald umziehen müssen, weil meine Hüfte ist ja auch immer. Er hätte mich gefragt, ob ich mitkicken würde. Ja, so sieht das aus. Aber Spaß beiseite, das sieht wieder gut aus, Jungs. Haut rein ins Tank und tschüssi. Regenwetter ist natürlich große Scheiße. Alles Gute, tschüssi. Na doch, hallo.